Der Wildpark Pforzheim wird dieses Jahr 50 Jahre alt und wer Geburtstag hat, sollte auch Geschenke bekommen. Die strahlenden Gesichter der Besucher zum Beispiel oder aber einen Scheck im Wert von 10.000 Euro. Dieses großzügige Geschenk gab es jetzt von der Volksbank Pforzheim. Der Wildpark ist das Fundament für eine familienfreundliche Stadt. Wir engagieren uns seit Jahren finanziell für den Wildpark und da war es natürlich selbstverständlich, dass der Wildpark auch unter den 15 genannten ist. Wir sind sehr gerne gekommen, weil über 500.000 Besucher der Wildpark, wenn man sich hier umschaut, das ist eine tolle Geschichte. Und es steht einer genossenschaftlichen Bank gut an, sich für die Region und ihre Bewohner einzusetzen. Denn auch die Volksbank Pforzheim feiert Jubiläum. Als Dankeschön für 150 Jahre unterstützt die Volksbank 15 karitative und kulturelle Einrichtungen in der Goldstadt mit je 10.000 Euro. Der Scheck an den Wildpark konnte bei strahlendem Sonnenschein übergeben werden. Die Mitglieder des Fördervereins Wildpark sind glücklich, denn von Spenden lebt der Park. Und da sind wir natürlich froh, wenn wir da schon mal von der Volksbank dankenswerterweise da 10.000 Euro entgegennehmen dürfen. Weil eben wir auch kleinere Projekte machen müssen, die jetzt dem Besucher nicht sofort ins Auge stechen, wie zum Beispiel kleinere Gehege reparieren oder wenn ein Baum gefallen ist, mal einen Saunen neu machen etc. Und in so Projekte wird das Geld auch nützlich investiert werden. Dass der Pforzheimer Wildpark ein Ort zum Wohlfühlen bleibt, ein Ort, an dem man Tiere und Natur genießen kann, spielen oder aktiv sein kann, dafür hat sich die Volksbank Pforzheim einmal mehr eingesetzt.